Hi, ich bin's der Felix und ich muss es gerade ganz leise sprechen, denn ich bin hier in einer Jugendherberge, also nicht zu Hause und da schlafen schon einige Leute, weil es schon 10 Uhr abends ist und wie dem auch sei, deswegen muss ich ein bisschen leise sprechen. Dennoch habe ich ein paar kurze Ankündigungen zu machen, und zwar habe ich ein Video gemacht, und zwar ein Game Center Food Ninja Gameplay Video, zusammen mit Maxe von iWindows Team und das Video werde ich einfach mal hier jetzt verlinken, da könnt ihr draufklicken, dann kommt das Video und außerdem möchte ich den Kanal von Maxe noch kurz empfehlen, also iWindows Team, verlinke ich auch hier, könnt ihr auch draufklicken und wenn euch der Kanal gefällt, könnt ihr von mir aus auch gerne ein Abo dalassen, mir gefällt der Kanal, ich habe ein Abo dagelassen und das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte, man sieht sich demnächst mal wieder bei Apps for All und ciao.